Wie nehmen Hunde die Welt um sie herum wirklich wahr? Hunde und ihre Sinne. Beginnen wir mit dem wohl bekanntesten Sinn des Hundes, dem Geruchssinn. Ein Hund hat bis zu 300 Millionen Riechzellen im Vergleich zu den 6 Millionen des Menschen. Dies ermöglicht es ihnen, Gerüche in einer Weise wahrzunehmen, die wir uns kaum vorstellen können. Sie können Krankheiten riechen, den Stimmungszustand eines Menschen erkennen und sogar den Weg nach Hause finden, nur indem sie ihrer Nase folgen. Folg uns für mehr Infos und Storys rund um deine Fellnase. Hunde haben außerdem ein beeindruckendes Gehör. Sie können Frequenzen hören, die für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar sind und sind besonders empfindlich für hohe Töne. Dies erklärt, warum sie oft auf Geräusche reagieren, die wir nicht hören können. Während Hunde nicht die gleiche Farbwahrnehmung haben wie Menschen, ist dafür ihr Sehsinn auf andere Weise bemerkenswert. Sie haben eine bessere Bewegungswahrnehmung und können in der Dämmerung besser sehen als wir. Der Tastsinn eines Hundes beginnt mit den Barthaaren oder Vibrissen. Diese empfindlichen Haare können kleinste Luftbewegungen wahrnehmen, was ihnen hilft, sich in ihrer Umgebung zurechtzufinden.